Ja und damit hallo und recht herzlich willkommen zurück zu Among Us. Och, was ist denn nun los? Wow, auf jeden Fall Leute, ich habe ein Visual. Also ich kann euch Visuals zeigen, ich habe Müll, kann Müll entnehmen. Ich habe, ich muss gleich mal kurz sagen, ich schätze ich habe auch irgendwas wo ich zeigen kann, ich glaube Shields oder Müll habe ich noch. Kurze Frage, wer ist? Keine Ahnung, der... Ja toll, der braune Junge, so ein Game-for-Sauer Junge. Wie heißt? Wen soll ich jetzt voten? Einfach skippen. Einfach den braunen voten, weil er ein Arsch ist. Das ist ein Arsch ist mit, geil. Einfach besser ist. Ja war es bestimmt auch. War es? Das ist ja witzig. Ja, da war es auf jeden Fall. Ja. 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 Alter, ich hab Granny's eh... Ich hab Granny's eh... ...schwecken das Auto? Und? Links! Ja. Ja. Also, ich sag nur... Ich hab... ...nebenkommetisch... ...nebenkommetisch... ...läschen... 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 Also, der... ...juhu hab ich auch gesehen, ja... ...rechts... ...wegen Brotnamen... ...ja... 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 ...guck mal, wir haben den einen doch gekillt... Na, ich wollte auf jeden Fall... ...ja... 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 ...kacke... ...ohh, wie alles zugeht... ...was ist denn jetzt los... ...kann ich nicht irgendwo... Ich auch nicht rein. Toter. Wo? Alle tot? Tut mir leid, Samuel, aber ich muss dich schassen, weil der gelbe Wager kurz davor noch bei mir. Ja gut, aber es gibt ja noch Dings. Ich weiß halt nicht, ob er rübergewendet ist. Du warst am Anfang bei mir, aber es ist ja... Ich war aber ganz woanders. Ich war gerade Mitte unten. Aber ich weiß nicht, wie das heißt. Jaja, weiß ich doch. Ich war halt noch eingesperrt. Gut, du kannst es aber genauso sein. Nee, ich war eingesperrt bei Dingen. Ich konnte gar nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich wollte es einfach dir. Ich vertraue dir. Das ist gut. Das ist gut. Nee. Arschloch. Ja, was ist denn los? Was ist denn los? Wo ist die Jen gewandet? Nein, keine Ahnung. Aha. Nee, ich bin schnell wie ein kleiner Fuchs. Hä? Wo ist denn die CTRL-Taste? Das ist die CTRL-Taste. Das ist die CTRL-Taste. Ach so leid. Hä? Diese Karte funktioniert aber nicht so richtig, wie ich das will. Ah, guck mal da unten. Da oben haben wir auch noch. Da oben. Da oben haben wir auch noch Tasks. Tasks. Guck mal hier bei O2. Hier erlebt man keinen Service. Ähm, was? Lieber O2-Mitarbeiter, so war das nicht gemein. Das ist nur falsch verstanden. Weil ihr habt ja keinen Service und so. Was? Mir fehlt nur noch ein Task, aber nicht. Wie ein Task? Sag mal. Warum bringt denn eigentlich nie jemand Zwecken um? Weil der macht ja einfach viel zu schnell. Hä? Ich kann nicht mehr. Ich glaube ihm das nicht. Echt? Tanjo? Tanjo? Das war grad so sass, was du gesagt hast. Was denn? Dass ich so schnell bin und warum mich niemand umringt. Ja. Ja. Ich schenke das nicht. Wieso leidend bin? Ich rufe nur vom Kipp. Ja. Schon. Ja. Aber ich kann nicht mehr. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Libby. Ich bin Libby. Ich schwöre. Bin's nicht. Innocent. Libby. Wo hast du den übelsten Pass grad gemacht? Ja und? Was? Nice. Und ich sag nicht. Ich kann lila und grün decken. Weil. Wo ist Larry? Mortis. Eigentlich ist einer Mortis. Wir brauchen mehr hier. Wir müssen mehr hier hin holen. Ja. Wär schon nice. Wenn wir noch mehr finden. Was? Ich habe jetzt noch einen Task. Da oben. Wahrscheinlich bin ich so schnell wie die anderen. Es ist echt leid. Oh, Download. Das dauert wieder ewig. Ein Tag, sechs Stunden, eine Stunde, zwei Sekunden, zwei Minuten. Jetzt muss ich wieder hier die Finger abballern. Ja. Oh, peinlich. Wow. Wie ist denn das passiert? Einfach gute Killer. Ja, und da war es das auch schon wieder mit der Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten. Macht's gut. Tschüss.